Moin Leute, der Baller wieder am Start. Heute mit einem kleinen Quest-Tipp zum Orsinium DLC, die Geschichte eines Kajits. Um die Kiste hier vorne zu bekommen, müsst ihr während der Quest ein Rätsel lösen und zwar müsst ihr die drei Säulen richtig einstellen. Das ganze geschieht nach dem Ausschlussverfahren und ist eigentlich recht simpel. Wer da aber dennoch keinen Bock drauf hat, für den sage ich das jetzt einfach. Das ist links dann eben die Fackel einzustellen, in der Mitte den Hammer und rechts Wolf oder Jäger. Ich kann es nicht genau erkennen. Dann bekommt man diese Schatulle da vorne. Die Quest geht weiter. Okay, das war es dann auch schon wieder. Bis zum nächsten Mal. Euer Baller.